Oh, oh, ich bin grad eingeschlafen, oh, Flieger und so, oh, sie haben alles zerstört, ich bin hier einfach nur so eingeschlafen und jetzt auf einmal, oh, die Stadt, die ist einfach komplett zerstört, oh mein Gott, nein, 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 okay, ihr scheiß Flieger, der Wald wird euch grüßen. Ich wusste, dass man dem, was man nicht vertrauen kann. Hat er erst schon abgestürzt? Oder auch nicht? Los, flieg in den Wald rein. Ist das mein Kumpel? Flieg in den Wald rein. Und du auch. Ihr greift mich nicht noch einmal an. Flieg in den Wald. Los. Ha. Es geschieht euch recht. Hier. Hier. Und hier. Der erste Flieger ist gelandet. Oh. Und jetzt. Das ist meine Chance. So, ihr beiden. Bleibt stehen. Oh, sie haben die ganzen Schöne Wald kaputt. Aber sie haben eine Stadt zerstört. Und das lasse ich nicht nach mir ruhen. Wo seid ihr? Aha. Ich dachte, wir waren ein bisschen Freunde. Es tut mir leid. Wo ist ein Freund? Du bleibst hier. Wo ist ein Freund? Das werde ich dir nicht verfahren. Er soll hier herkommen. Komm her. Wo bist du? Guckt euch diesen Wald an. Ihr habt mit euren scheiß Fliegern alles zerstört. Was ich aufgebaut habe. Selbst deine scheiß Burg da hinten. Die ganze Stadt. Alles ist zerstört. Das bekommt die Strafe mit dem Tod. Ich habe ein bisschen geschmeckt, oder was? So, du kommst zu deinem... Nein, bleib hier. Schlapp, stehen bleiben. Hey, bleib hier. Bleib hier. Hey, bleib hier, du komischer Flieger. Ist er noch, ist er noch da drinne? Ich muss den Entwickler hinterher. Ist er noch da drinne? Ähm. Oh oh. Oh mein Gott. Nicht noch ein Stück weit zerstören. Nein. Er ist ausgestiegen. So, komm jetzt her. Den, den ich noch nicht getötet habe. Komm jetzt bitte her. Komm jetzt her. Wo bist du? Nein, du bleibst stehen. Ich dachte, ich kann dir vertrauen. Du kleines, armsehnliches Stück. Scheiße. So, Leute. Also, ich hoffe mal, es hat euch ein wenig gefallen. Dieses Lender roll ich mir mit Paul und Leonardo. Also, wir hatten halt gespielt, dass ich ein Ausflug mache. Ähm, und das ist meine Heimat oder meine Ausflugstadt, dann halt bombardiert wird. Und ja, wir mussten das mehrere Male üben. Einmal ist mein Willard abgekackt. Und dann haben wir auf einmal die beiden was falsch gemacht. Und ja, und ja, sind ich noch ja halt abgestürzt und hab's dann dann mit dem Tod bestraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht im nächsten Video gegrüßt werden wollt. Das wollte ich auch machen. Ähm, aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.